Es ist 19 Uhr, herzlich willkommen bei Steiermark heute am Sonntag. Beim Einsturz einer Stahltreppe an einem Wohnhaus im Bezirk Leibniz sind drei Menschen verletzt worden. Jetzt wird nach der Ursache gesucht. Arsonor, fulminanter Abschluss des Musikfestivals in Graz. Steierer Blicke, ein Grazer handelt mit Toskana-Weinern des Musikers Sting. Und das Wetter morgen am Montag, es wird regnerisch werden.